Geht ganz schnell. So, Entlast, Heimer, Aktionen. Nee, da da, Text. Oh, geh mal weg hier. Äh, geh weg. Chat, Tooltip. Ha. Hm. Eissturm, fesselnde Ketten. Ja, Hydro-Lanze, das muss dann immer alles gepatcht werden. Keine Ahnung. Kann man hier nicht einstellen, dass man das Level sieht? Das ist ja doof. Wir nicht. Fußleiste, Kopfleiste. Ähm, hm. Warte mal, vielleicht sehen wir es dann mal. Da, hier muss man ganz kurz, ja, schuppdiwupp. Mach mal schneller. Meine. Mach schneller. Sonst, ja, ich mein blauen Füller auf dich. Ja, ich hab hier so'n Füller von... Nein, Mann, ist der alt, ich kann die Namen nicht mal lesen. La, 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 mei, keine Ahnung. So, warte mal. Ja, natürlich mussten sie das wieder weg machen. Mal gucken. Ich glaub, da hab ich schon was. Vielleicht kann man da irgendwas einstellen. War da hier? Nee. Ey, das ist doch jetzt doof, oder? Ich meinte, ihr habt schon irgendwo gelesen, Level anzeigen oder so, aber ich erkenne es grad nicht. Oder ist das Level schon angezeigt? Nee, ist kein Level da. Ja, hier ist das Level. Okay, dann mach ich halt immer so bei jedem Part und dann seht ihr mal, was von Level ist. Ich bin Punkt, färtsch, aus. So. Ey, müssen wir jetzt äckli... Pfff. Müssen wir jetzt wirklich bis dorthin reiten? Och, das ist doch scheiße. Marschengift. Ich glaub, ein paar Quills haben hier auch abgebrochen. Das war, meinte ich, so Mist sind. Wie sieht's denn aus? Hier sind 38... Ich muss selber mal runtergucken. Wir sind 38. Wir müssen noch ein paar Dungeons erledigen. Bibliothek zum Beispiel. Karlsatz Klinghauer, weiß ich gar nicht. Maura, Maraudon, haben wir gemacht. Faulspur, hm. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich würde sagen, wir reiten bis dorthin, da muss ich auch schon wieder aufhören. Hat eigene Gründe. Was, was erlabern die eigentlich hier? Hast du 60er Set schon? Entweder ich bar bis 85 oder schon, mir gleich was. Set habe ich noch nix. Hm, ich färtsch und ich finde das ein bisschen sinnlos, wenn man sich so ein Set kauft, so mit 770. Spart doch die Punkte. Könnt ihr mal gebrauchen. Raptorenfänger. Benutzt den strapazierfähigen Strick, um sechs Blutsumpfraptoren oder Blutsumpfgreicher zu fangen. Aha. Kenn ich. Was muss ich dafür tun? Einen Geschwächten. Also muss man den vorher mal ein bisschen halbtot machen. Hier ist der Schlag auf dem Land. Pfeil. Ist Pfeil irgendwie ra? Ura. Das ist das. Wir holen wir uns. Komm her. Komm her. Mensch. Renn doch nicht. Renn nicht weg. Ich mach dich doch. Komm her. Pussy. Sag mal, setze. Oh. Shit. Komm her. Stirb. Stirb doch endlich. Sag mal, es bist du. Stirb. Sag mal. Ah. Leidig hat mich nicht wegblinzelt. Ich hab keine Angst vor denen. Wegblinzeln ist feige. So, jetzt hat man den gekillt. Das hat mir so viel Erfahrung gebracht. Oh. 7000 EP, Alter. Das ist fast das Doppelte, was mir jetzt diese Quest hier bringt. Ah, ich bin noch so bescheuert. Hat er noch irgendwas fallen gelassen? Nochmal jetzt hier. So. Einen machen wir. Dann hören wir erstmal auf mit dem Part. Komm her. Kleine Nudel. So. Den. Den. Und jetzt. Bäm. Ach, kacke. Scheiße. Was machst du jetzt? Bäm. Jetzt so. Ah, verrecker. Ah. Ich hab ihn gefangen. Das erinnert mich irgendwie an diese Werbung, wo... Kängurus Superschuh war das, glaube ich. Oder? War das... War das irgendein Kängurus Superschuh? Wo er dann sowas ausgepackt hat und dann kam so ein Bagger raus. Dann müsste es gewesen sein. So, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieses Video war jetzt für die kleinen WoW-Fans hier. Und ich kann euch nur sagen, es dauert noch etwas, bis die WoW-Videos wieder weiterkommen. Das liegt daran, dass Blizzard zu doof war, das Geld abzuziehen. Und ich da jetzt hinterher telefonieren muss. Aber den Stress würde ich mir nicht geben, bevor Battlefield 3 rauskommt. Beziehungsweise ist jetzt wahrscheinlich Battlefield 3 so gut wie draußen. Ja, danach kommt mal der WoW-Fans und so. Aber nach Battlefield 3 Let's Play wird auf jeden Fall WoW weitergemacht. Da melde ich mich und... Ja. Gucke euch die 5. Tutum an. Und ihr müsst mich nicht deabonnieren. Es wird bald wieder weitergehen. So, bis zum nächsten Mal. Tschau.